Hallo meine Lieben und ein herzliches Willkommen hier zu einem neuen Video von mir und zwar möchte ich euch einfach heute mal meinen kleinen Kooperationspartner vorstellen und zwar habe ich eine Anfrage gestellt an Picmondu, die Firma habe ich ja bereits schon einmal ganz kurz angerissen und gesagt, ich empfehle euch diese Seite auf jeden Fall, denn da gibt es super super viele schöne Bilder und Motive und auch Produkte für, ich finde auch bezahlbares Geld und dementsprechend auch wertvollere Produkte, als wenn ihr euch das bei Amazon bestellt. Ich habe von Picmondu einen Affiliate-Link zur Verfügung gestellt bekommen und diesen Link, den findet ihr, wenn ihr auf meine Seite geht, dann könnt ihr diesen Link dort unten in meiner Videobeschreibung finden, beziehungsweise auf der Kanalinfo oder in der Kanalinfo und hier erwähne ich auch schon Picmondu und hier ist der Link dazu, wenn ihr auf diesen Link klickt, werdet ihr automatisch auf die Seite weitergeleitet und wenn ihr über diesen Link etwas einkauft und dazu noch den Lady Diamond 10 als Rabattcode eingibt, dann spart ihr 10% auf eure Ware und auf eure Bestellung Rabatt und ich profitiere auch mehr davon, das heißt ich bekomme 10% von dem Kaufpreis. Für euch entstehen natürlich keine Mehrkosten, sondern das ist einfach nur eine Unterstützung für mich und natürlich auch gleichzeitig profitiert ihr davon ja auch und auf der Seite Picmondu ist generell gerade bis zu 66% reduziert, das heißt schlagt auf jeden Fall zu, denn gerade auch die teuren Sachen, beziehungsweise die großen Bilder, die teureren Sachen lohnt sich natürlich dann jetzt umso mehr zu kaufen. Ich würde euch gerne einmal zeigen, welche Kategorien und was Picmondu so zur Verfügung stellt. Auf der Home-Seite seht ihr praktisch einen ganz großen Überblick über alles, dann könnt ihr generell auf Sale klicken, dort seht ihr alle Produkte im Angebot von 66%. Das Tolle ist bei Picmondu, dass du dein eigenes Foto kreieren kannst, das heißt du kannst dein eigenes Foto in verschiedenen Größen kreieren, du kannst es als Diamond-Painting-Set, aber auch als Malen-Nach-Zahlen-Set bestellen. Da kann man nochmal alle Produkte sehen, aber das Tolle ist, dass das Ganze auch unterteilt ist, das heißt Picmondu stellt nicht nur Diamond-Painting-Produkte zur Verfügung, sondern auch Malen-Nach-Zahlen-Produkte und Scratch-Painting, das ist sowas wie ein Kratzbild. Gehen wir jetzt auf Diamond-Painting, sehen wir hier schon verschiedene Kategorien und man kann aber auch sagen, ich möchte alle Diamond-Painting-Bilder ansehen. Wenn ihr euch für ein Bild entschieden habt, klickt ihr einfach drauf. So, und dann kann man meistens hier schon Informationen dazu sehen und meistens bei der Größe nochmal anklicken, dass man das jetzt in einer kleinigen Größe bzw. in einer größeren Größe möchte. Bei Malen-Nach-Zahlen ist es genauso. Wir klicken mal auf Alle Malen-Nach-Zahlen-Bilder und dort könnt ihr schon die ganzen Motive sehen. Auch hier könnt ihr auf ein Motiv klicken, welches euch gefällt und könnt nochmal die Größe aussehen. Beim Scratch-Painting ist es so, dass nicht viele Produkte zur Verfügung stehen, aber wunderschöne Produkte. Damit kenne ich mich tatsächlich jetzt nicht so aus, aber ich möchte das super gerne mal ausprobieren. Ich bin gespannt. Das Tolle ist beim Pigmondo, dass es auch Zubehör gibt. Das heißt, wir haben die passenden Bilderrahmen, wir haben Döschen, wir haben Koffer, wir haben Pinsel. Alles, was ihr braucht, findet ihr hier auch beim Zubehör. Ja, solltet ihr jetzt sehen, dass euch irgendein Bild gefallen sollte bzw. euch gefällt was, schlagt drauf zu, klickt auf den Link in meinen Videobeschreibungen oder auf meiner Kanal-Info und gebt den Rabattcode LadyDiamond10 ein, um 10% auf eure Ware zu bekommen. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!